Es gibt auch quasi die Möglichkeit, ein mehr oder weniger klassisches, Schuhfix nenne ich das jetzt mal, kommunikativ so anzulegen, dass es heißt, naja, es ist eigentlich freiwillig. Man kann seine Themen, woran man gerade arbeitet mit, ja, was steht jetzt an, was plane ich, wobei habe ich vielleicht Schwierigkeiten, kann man das quasi in eine Liste eintragen. Und dann soll das quasi als, muss ich jetzt sagen, Inkubator dienen, um Themen vielleicht gemeinsam aufzugreifen. Nur gleichzeitig ist dafür nicht kommunikativ die spannende Geschichte, nämlich, wenn ich schon im Vorhinein sage, ja, es ist nicht Pflicht sozusagen dabei zu sein und es gibt diese Möglichkeit, diese Liste auszufüllen. Und am Ende ist man dann bei dem Termin und dann lesen alle diese ausgefüllte Liste vor, dann geht ja wieder dieser Inkubatorcharakter so ein bisschen verloren, weil dann sage ich das zwar, also, worauf ich hinaus will, sind diese Nuancen auch bei der Kommunikation und bei der Planung. Weil wir haben jetzt am Anfang gesagt, die Planung ist super wichtig im Kontext von, dass ich weiß, was am Ende hinten rauskommt. Dann haben wir als zweites gesagt, naja, man muss schon auch kommunizieren, was man denn mit diesem Treffen, mit dieser Session konkret möchte. Und man muss diese Methoden auch geben, den Mitarbeitenden vielleicht. Aber gleichzeitig sind da wieder diese Nuancen drin, weil wenn ich im Vorhinein kommuniziere, ja, es ist eigentlich freiwillig und hier kannst du übrigens alles eintragen, dann ist es wieder ein bisschen so ein Eigentor, weil, okay, wenn es freiwillig ist und ich trage sowieso ein und bei dem Termin lesen wir sowieso nur vor, dann ist für mich kein Incentive auch richtig dabei zu sein. Und dann ist aber auch die Frage, wie sollte ich das dann jemals als Inkubator nutzen, außer man ist quasi so proaktiv und geht dann immer in diese Liste hinein, liest selber die anderen und geht dann auf die Personen zu. Das ist natürlich die Frage, wie das Team überhaupt zusammenarbeitet und wie diese unterschiedlichen Bereiche überhaupt miteinander arbeiten könnten oder können.